Hallo erstmal und willkommen zurück zu mein... äh, schon wieder falsch gesagt. In der letzten Folge habe ich es gerade richtig geschafft, aber nein, zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben ja in der letzten Folge genau hier aufgehört. Ich baue mir erstmal eine neue Sticks, genau. Guter Deutsch. Ja, ich baue mir erstmal Sticks und dann erstmal eine neue Achse. Oh man! Baukünste. Ich sag dazu einfach jetzt mal nichts. Nein! So, jetzt drei Echse. Es muss jetzt aber reichen. Ach man, ey. Ups, Salah. So. Den Rest jetzt einfach. Hier, zack, den Eichen. Ach komm. Das da rein. Das, da... Nein, ja, okay, doch. Das, 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 das und das und das. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Dann, ja. Wir haben ja hier aufgehört. Ähm, in dem wir, in dem ich gesagt habe, dass ich das hier wieder baue. Nehme ich das alles ein, nach links versetze. Warte mal, gibt das überhaupt Sinn? Ach, ich hab ne Idee. Ich lasse das so und baue dann nur noch hier, oder ne, noch eine bessere Idee wäre, einfach das so zu machen. Dann hat man hier auf beiden Seiten so eine Hälfte und dann geht es da auch so auf. Packe ich einfach wieder hier rein hin. Und dann hier und hier. Und da packe ich dann das hin. Ja, und dann baue ich das nochmal weiter. Warte mal. Ach man, ich hasse... Wie schon gesagt, ich hasse es, wenn ich falsch baue. So, dann geht es hier wieder weiter. Die mittlere Maustasse funktioniert immer noch nicht. Warum auch immer. Sieht jetzt... Ja, sieht eigentlich ganz nice aus. Finde ich. Also, ob ihr das so findet, kein Plan, aber ich finde es nice. Ne, das mache ich jetzt mal nicht so. Ich... Wie mache ich denn das jetzt? Ach, keine Ahnung. Ich baue einfach was hier so. Ich baue dann hier noch das mit Glas zu und die Bäume braue ich ab. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Sand farmen. Kohle haben wir ja ausreichend. Ja, dann können wir ein bisschen Sand damit machen. So, wo sind jetzt die ganzen Mops? Sind überhaupt Mops hier? Keine Ahnung. Das ist ein Schwein. Ne, alles gut. Aber ich will diesen Strand noch behalten hier so. Ich glaube, ich gehe dann einfach hier hinten hin und baue hier den Sand ab. So. Ja, passt schon. Die Schaufel ist ja kaputt. Aber wenigstens habe ich davon noch die Werkbank dabei. Sonst hätte ich jetzt wieder nach hinten laufen müssen und darauf habe ich jetzt echt gar keinen Bock. Okay, dann kann ich jetzt noch eine Schaufel machen. Passt. Passt schon, passt schon. So, zack. Ja. Das wird dann hier immer so gerade. Also dann wird das Wasser hier immer wieder so gerade, wenn man es so baut. Also wenn ich das hier gerade abbau, dann bleibt das mehr normal. Dann ist es ja so aus, als wäre nichts gewesen, sondern das Minecraft hätten nur so einen komischen Fehler gemacht. Sonst baue ich das später mit Kies nach. Ich weiß gar nicht, wie viel Sand ich brauche. Wahrscheinlich eine Menge. Deswegen baue ich erst diesen Strand hier ab und dann brauche ich den nächsten Strand ab. Wo ist denn der nächste Strand? Also Lianen brauche ich nicht. Hier ist nochmal ein Sand. Es fällt nicht auf, wenn es weg ist. Schweine, seid einfach ruhig. Mann, ja, bleibt doch mal ruhig. Ich nehme euch nur den Strand weg. Was ist daran so verwerflich? Ich brauche den Sand. Guck nicht so. Ich bin ein Schweinekiller. Klingt immer so, als wäre es ein Erfolg, ein Schwein zu töten. Ist das so ein Schach? Hat sich gerade so angehört, als wäre da irgendwas. Ja, ich glaube, ich mache das mit Glasscheiben. Das wäre... Nee, nee, keine Glasscheiben. Ich verabschiede. Kannst du mal weggehen? Ach komm, geht schneller. So, und abbauen. Ich brauche auf jeden Fall jede Menge Sand. Und falls es ausreicht, ja, dann kann ich das für ein zweites Haus gebrauchen. Raus hier, los. Diese Strömungen regen manchmal so auf. Lauf doch! Ach, geht doch. So, ein bisschen Holz, schadet ja nicht. Im Hintergrund spielt die schöne Minecraft Musik. Auch wenn ich finde, nicht jede Minecraft Musik ist schön. Und ja. Erstmal. Hier lassen wir noch ein bisschen abbauen. Perfekt. Ab nach oben. auf den Ofen hinsetzen, falls ich den noch... Ah, ne, der ist ja noch im Keller. Der Ofen ist ja noch im Keller. Das baue ich immer ab, dann kann ich mir besser nur... Ich werde sowieso bald hier mal so eine Treppe runter bauen und nehme ich die ganzen anderen Bäume irgendwie ab. Hacke. Hacke. Ja. Oder ich gehe mal bald wieder zu den Schaufen. Also ich finde das ganz nice. So. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mögt, aber ich mag's. Habe ich noch Schweinefleisch? Ja. Ich habe ja eh noch ungebracht, unverarbeitetes Schweinefleisch. So. Habe ich eine... Ja. Ich habe ein paar X dabei. So. Ja. Wozu brauche ich dann eine Axt, um den Ofen abzubauen? Die sind doch aus Stein. Mein Holzofen wäre ja ein bisschen behindert. Apropos Holzofen. Es gibt einen Youtube-Kanal, der heißt so. Ja. Ähm. Ofen da hinsetzen. Zack. Perfekt. Dann die... Ja. Acht. Acht. Pack ich da mal rein. Ja. Acht. So. Und dann pack ich noch Sand da rein. So. Ja. 64 Sand. Dann fang ich dann schon mal an. Ja. Unten. Ich weiß nicht, wie soll ich das unten bauen? Ich glaube, ich packe hier in der Mitte so ein bisschen Glas rein. Oder packe so ein bisschen Glas oben ins Dach rein. Damit da so ein bisschen immer das Licht so reinkommt. Das wäre auch ganz nice, denke ich. Bin mir da aber nicht so sicher. Auf jeden Fall bräuchte ich mal... ...müsste ich mal... ...bald irgendwie... ...ein Zaubertisch craften, damit... ...ich mal Sachen verzaubern kann, beziehungsweise Bücher mal verzaubern kann. Ich meine... ...ok, ich habe jetzt keine Kühe, aber... ...weil von denen brauche ich ja das Leder für Bücher und für Bücher. Und ähm... ...ein Buch brauche ich jetzt für den Zaubertisch. ...und um Sachen mit Amboss zu fast zaubern. Und ja. Ach, hier ist ja noch die Höhle. Die habe ich ja gar nicht zugebaut. ...und rausbauen. Und auch das Glas schon mal fertig. Man kriegt sogar von Glas, also wenn man das aus dem... ...hä? Also wenn das... ...wenn man das im Ofen brennt, kriegt man sogar... ...Level-Punkte, was auch immer... ...Erfahrungspunkte, wie auch immer man die nennt, raus. Das ist... ...rum. Ich meine, wenn man Kohle abbaut... ...halbwegs verständlich, aber... ...Glas? Ich meine, das ist Sand... ...die man da... ...für...hä? ...für, dass man eigentlich Level kriegt da. Ich glaube, ich unterteile das... ...naja, beim Räumen unterteilen geht es ja schlecht. Obwohl... ...packe ich irgendwo einfach so eine... ...wand rein. Ja, hier pack ich... ...oder? Ich baue mal hier die Höhle ab. Welche muss ich da abbauen? Ich baue mal die hier. Na toll, da war das ganze Zeug... ...oder auch nur ein Teil davon. Hier packe ich jetzt mal eine Wand rein. Und zwar... ...mit Birkenholz. Und zwar... ...mit Birkenholz. Aber so ein paar Zimmer... ...kann man ja schon so ein bisschen abgetrennt hier haben. Das klang jetzt gerade so, als hätte man irgendwelche Körperteile so... Ach, egal. So... ...so abgetrennt. Das klang jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß. Das war der hier. So... ...zack, zack, 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 zack. Ähm... ...ja, zack, 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 zack. Und... ...zack, zack, zack, zack. Ja, das wäre erstmal so ein Durchgang. Dann könnte man das hier noch so abtrennen. Das kann jetzt schon wieder falsch. So, dann packen wir hier nochmal was hin. Hier ist gerade so zack zack. Dann kommt da nochmal so ein Dings hin. So, so, so und so. Und ja, das sieht doch dann schon mal ganz gut aus. Da oben muss noch was hin. Aber ich habe ja noch ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und gerade ausreichend. Da kommen Türen hin. Mit Druckplatten. Ja. Ah, guck mal, 18 Glas. Das ist doch toll. Da wird es auch gerade Nacht. Das passt ja. Ich baue das erstmal so, dass hier nichts rein kann. Ah ja, erstmal die Türen vielleicht zumachen, damit hier... Ah, das habe ich falsch hingesetzt. Kann da hinten was rein? Ja, kanns. Jetzt nicht mehr. Hier immer noch, aber... Ach, komm. Obwohl, nee, kanns nicht. Nee, kanns nicht. Äh, Licht. Ich brauche Licht. Light ist very important. Ja. Ja, die Decke müssen wir auch noch zubauen hier. Zack, zack, zack. Die Minecraft-Sounds. Immer wieder komisch. Ja, das sieht jetzt mehr so wie so ein verkrüppelter Durchgang aus, aber hm, schau es drauf. Aber damit es das nicht tut, packe ich hier Glas hin. Passt sogar. Aber dafür fehlt noch ein bisschen was. Dann packe ich das einfach schon mal hier hin. Da ist Erde drin, falls ich prima brauche. Ich glaube, ich brauche sie gar nicht. Na, doch. Brauche ich. Erstmal jetzt noch ein paar Türen machen. Ich habe ja jetzt noch eine. So, sechs Türen. Habe ich sieben Türen. Ja, genau. Bausieger vor. Alles klar. Ach, man. Meine Baukünste. So, jetzt Druckplatten. Holzdruckplatten. So, Druckplatten baue ich jetzt wie? Ja. So, davon brauche ich... Vier. Ach, man. So, perfekt. Vier Holzdruckplatten. Ich brauche viel mehr Holzdruckplatten. Ich brauche viel mehr Holzdruckplatten. Ich brauche viel mehr Holzdruckplatten. Ich brauche jetzt noch mal vier. Äh, hab ich denn noch? Ja, hab ich. Perfekt. Nochmal vier Holzdruckplatten. Ähm. Ja, das ist doch perfekt. Dann kommt hier mal hin. Das ist keine Ahnung was. Das ist ja so die Eingangssalat. Ja, das ist dann sozusagen meine Küche, wo ich dann... Ähm, da pack ich dann, ja, so zwei Truhe, also so eine Doppeltruhe hin. Da kommt dann ein Ofen hin und da die Workbench. Und dann kann ich hier immer schon rausgucken und irgendwas beobachten. Keine Ahnung. Ich brauche noch irgendwas hier hat. Wieder 15. Da kann ich da einziehen. Hier packe ich noch einziehen. Beziehungsweise mehrere, mehrere. Und ja. Perfekt. Ja, brauche ich sonst noch irgendwas hier. Drei Glas. Vier Glas. Fehlt hier noch irgendwo irgendwo, nein. Fehlt hier noch irgendwo irgendwie ein Glas. So, was habe ich denn so gerade im Inventar? Hm, ja, ne. Erstmal nichts, was mir jetzt gerade einfällt. Wie auch immer. Das war's von dieser Folge Let's Play Minecraft. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von diesem Schwachsinn sehen wollt. Oder ist es Schwachsinn? Wie auch immer. Dann schreibt das... Ja, dann lasst doch dem Video einfach ein Like da und schreibt in die Kommentare, falls ihr mal was anderes sehen wollt. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.